Leute, der ist verrückt nach Böller. Das sieht man ja. Servus Leute, was geht ab? Ihr seht mich heute draußen, ich glaube ein Spezialgast dabei. Der liebe Tyson. Da hat heute Geburtstag. Der Tyson. Da ist diesen. Da ist diesen. Da ist sie. Das ist jetzt nicht. Das ist so ein Geschenkuch. Bis zum nächsten Mal. Leute, der ist verrückt nach Böller. Das sieht man ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, lasst ich mal wieder so Video machen mit Tyson. Oder lasst mir in den Kommentaren wissen, was ich mit Tyson mal so für Video machen soll. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Die von Tyson. Nein, sorry, Tyson und ich, der ist letztlich zuletzt. Wir verabschieden uns von dem Video. Er hat ja heute Geburtstag gehabt. Er ist ja drei Jahre alt geworden. Und das lernen wir mal Leute. Tschau.